ok jetzt sollte es wieder etwas dauern bis wir neues trinken herstellen so und wir haben ja jetzt die rockblocks für unsere aufgabe hier so das ist erstmal der floor jetzt brauchen wir die walls jetzt wo wir das gegenüber schon haben ist es etwas leichter so jetzt wollte ich hier weitermachen also 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17 ja 17 mal 17 sollte groß genug sein 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,17 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, ja. Oh, der ist an sein Lederschild gewohnt. So, dann fangen wir an, hier zu buddeln und dann hoffen wir mal, dass wir nicht in den Sand reinbuddeln wieder. Ah, ja. So, das ist geschniffen im Schleifensitz, mittlerweile ziemlich schnell. Jetzt muss das Ganze nur noch verziert werden. So, überall will ich es zum Construction mal machen. So, überall ist es. So, wie sehen unsere Holzvorräte gerade aus? Gut, soweit. So, die haben angefangen hier auszubuddeln, das ist auch gut. So, dann gucken wir mal. Ne, halt, doch, ich bin hier richtig. Wir brauchen drei Walk Floodgates. Da brauchen wir noch C-Betten, C-Türen, C-Koffer und Cabinets. So. So. Mal gucken, ob das wenigstens noch so funktioniert wie früher, was ich jetzt gerade plane. Aber das werden wir wahrscheinlich in dieser Aufnahme-Session nicht sehen. Die Betten sind fertig. Oh. Wir sind übrigens schon im fünften Jahr. Also, wie gesagt, ich werde einiges nachher beim nächsten vor. Also, es wird wahrscheinlich auf jeden Fall nächstes vorgeben, weil ich mag dieses Spiel einfach. Und ich werde dieses Spiel auch nicht aufgeben, solange es nicht wirklich den Bach runtergeht. Also, doch sind unsere Zwerge ja gut beisammen. Wir haben zwar ein paar mit schlechter Laune. Äh, ihn hier zum Beispiel. Oh, und unser Boyer ist von der Strange Mood befallen. Hat aber einen Workshop geclaimt. Den Boyers Workshop. Wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir ein Problem. Ja. 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 Ja, das würde ich dir jetzt alle hier in dieses Burrow schicken. Musik Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich sie nicht sortieren kann. Musik 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 Ich habe keine andere Wahl, ich muss jetzt erstmal die Zugrücken hochziehen. Musik 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 Snatch-Shop, protect the children, ja. Mm-hmm. Ja, ich kann meinen tollen Trupp, der keine Munition hat, holen. Ja, ich kann meinen tollen Trupp, der keine Munition hat, holen. Und ja, ich kann erst mal die Archeries mal deaktivieren, dass die ihre Munition nicht verschwenden. Ja, und ich löse mal das Barrow wieder auf. Die Leute sollten lieber frei rumlaufen, nicht in den Barrow verhungern. Und die Kämpfung gegen irgendwas hier draußen? Oh, der hat eine Mysterious Construction begonnen. Okay. Da liegt auch noch Zeug rum, was wir mal kleben sollten. Die Brücke können wir mal wieder hochziehen. Also runterlassen. Das sind schon wieder ein paar ordentliche Bowman und Crossbowman. Okay. 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 Die sind immer noch mit Schleifen beschäftigt. Wie sieht es mit den anderen Worker oder so aus? Da wird noch viel gearbeitet. Okay. Alter, Crossbowman. Okay. 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 Oh, der hat ja die Goblin's hat das gefressen. Ich hab auch nichts gefunden da unten. So, das kann alles mal wieder weg. So, das bringt uns leider nichts, solange der Siege am Laufen ist. Und es geht auch langsam das Essen aus. Da habe ich langsam keine Wahl gerade als... ...habe ich leider wirklich keine Wahl als... ...mal wieder ein paar Hunde... ...zu schlachten. So, ich würde aber sagen, wir machen hier mal wieder einen Cut. Save and Return to Title. Auch wenn wir eine Siege gerade voll im Laufen haben, aber es ist mal wieder an der Zeit. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann sehen Sie mal wieder. Okay.